Ja meine Damen und Herren, dann herzlich willkommen zu Mainalaya. Jetzt müssen wir einen Dodler einspielen. Ja, das neue Minecraft-Projekt ist gestartet. Ihr seht eine Amplified Map und deshalb heißt es auch Mainalaya. Es ist nämlich Minecraft im Himalaya. Das ist der Name unseres neuen Projektes. Normales Standard-Minecraft in der neuesten Version 1.7.10. Also in der derzeit neuesten Version. Es kann sein, dass ihr das irgendwann guckt, wo es was Neueres gibt. Und mit dabei habe ich heute den Moki Place. Kann sein, dass du den Baum nicht abbauen kannst, Moki, weil hier Spawngebiet ist. Mein Shader backt gerade nicht. Ist gut. Ich habe den ersten Ablog abgebaut. Juhu. Wer noch alles mit dabei ist, das sind nämlich noch ein paar Leute mehr. Finde ich alles unten in der Videobeschreibung. Wenn man es nicht vergisst. Und genau. Sollte drin sein. Gut. Und ich denke mal erstmal in den Basics anfangen. Bisschen Holzfarmen und so weiter. Dann wird sich die Frage, wo schon wieder hin gerannt seid. Berg runter. Welche Seite? Irgendeine. Okay, gut. Ich gehe mal irgendeine. Die Mail ist auch da. Ja, wir haben auch eine Streamerin dabei. Ist auch unten verlinkt. Und ja. Ich fehlt euch nicht. Ich weiß auch nicht, wo da ist. Ach, wir gehen. Ich lauf dir einfach hinterher. Wartet. Seid immer. Ach, da bist du da. Stumm und blind. Baut Bäume bitte ordentlich ab, ne? Na. So. Ich versuch's. Die Frage ist, ich würde ihn gerne direkt in das Mesabiom, was wir hier neben, zufälligerweise haben. Ganz, ganz komischer Zufall, dass es genau neben dem Sporn ist. Der ist nicht irgendwie umgesetzt. Oh. Oh. Und, ähm. Ja. Okay. Es ist ein bisschen blöde, wenn mich mal leier, äh. Achso. Mein Alla. Äh. Mein Alla. Das ist, äh. Hier tief runter geht. Das ist für Selbstmordgefährdete. Autsch. Ach, Till. Runter kommt man immer. Ja, hoch ist das Problem. Hoch ist das Problem. Kenn ich selber. Ja, genau. Na ja. Gut. Erstmal ein bisschen Holz fahren. Wir müssen uns erstmal ein bisschen was, äh, zu essen besorgen. Ihr habt doch, bei Trab steht bei euch allen noch eine Null. Äh, das ist übrigens die Anzahl an Ton, die ihr auf dem Sporn erlebt. Oder, besser gesagt, nicht erlebt, ne? Oh, ich hab Flo. Nicht erlebt. Oh, schade. Warte mal, soll ich uns noch Pickaxe und sowas alles machen? Ja, wenn du so großzügig bist. Ich bin mal so großzügig. Das Schaf ist runtergekickt. Ich hab das Schaf runtergekickt. Ich hab Wolle. Scheiße. Danke sehr. Das ist meine Wolle. Hm. Ich hab das Schaf da hier alles ab. So, jetzt. Ich bau jetzt alles ab. Mocky. Mocky baut ab. Äh, Till, bei dir ist ein Creeper unten. Ich bau ab. Was? Wo? Bei dir ist ein Creeper. Ja, genau. Da leben wir. Schön. Ja? Eine Höhle. Äh, ja. Erstmal Holzschwerter machen. Sprengt ihn. Sprengt ihn einfach weg. Okay. Geboot machen. Geboot, geboot. Geboot, geboot. Was hast du denn jetzt? Fortgeschrittenes Handwerk? Du hast dir eine Quarting-Table gebaut. Oh, Skype dreht durch. Und Skype ist gerade auch ein bisschen nervig. Zum Glück hab ich's auf meinem Computer ausgemacht. Ich hab mir seit heute übrigens, äh, so inoffiziell auf meiner Arbeit auch Skype auf dem PC-Akti also installiert. Boah, bist du denn ganz richtig? Naja, weil unser Lehrmeister... Mach mal euer Skype hier. Und er auf rumzuleggen. Das ist schon geil. Irgendjemand mal hört man dann ein Plin-Ling von, äh, also Medi-Einko, oder? Ach, geil. Was soll man machen? Aua. Äh, ich craft euch mal hier alles aus Eisen. Ach, aus Eisen. Aus Eisen? Aus Brosse, bitte sehr. Axt, Schaufel, Pickaxe und so weiter. Oh, oh. Reichtbar. Oh! Sterb, stirb, stirb. Wo war der? Sterb, sterb. Geh, sterben. Ja, das war der, den ich gemeint hab. Der Slime-Moon ist gejoint. Hallo, auch ein Flo bei mir. Hallo. Hör, ein Enderman! Ich hab mich nochmal im Kopf. Ja, aber wenn du schon am Anfang Enderman anguckst, dann geht's nicht mehr. Wo, 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 wo. Geh, steil. Hier kommen immer mehr Leute. Der Slime-Moon. Der ist jetzt gejoint. Ned, you are recording. Can you please leave? Okay. In der ersten Folge. Gluck, Gluck. Gluck. Ich brauche meine Rechte wieder. Bratwurst. Wo seid ihr erst? Bratwurst. Ein cooles Codewort. Oh Gott. Oh Gott, nein, nein, nein. Au. Leute, ich wär nicht dränger, weil ich noch nicht was zu essen, sonst wird das ja nix. Hier ist der Türsch hinter dir. Da, hier, ich hab dir was anderes mit. Danke sehr. Oh, hier, auch für dich noch was. Wiii. Dankeschön. Dann gehalt mir alles zurück. Na so ne Frage. Weiß eigentlich jemand, äh, wenn man eigentlich wieder den Namen ändern kann in Minecraft? Puh, keine Ahnung wann das geht, aber es gibt ja jetzt diese Juju-IDs für eine Qual, das auf die Whitelist zu bringen. Äh, Leute, und scheiß, wir müssen was enden. Also mit dem Shader ist es hier grad ein bisschen sehr nacht. Ich wechsle mal Shader und nicht, weil... Also mit dem Shader ist es hier sehr nacht. Sehr, sehr dunkel. So. Also ich könnte ja helfen, aber Game Mode ist jetzt tabu. Das wird jetzt nur noch zu, zu, ähm, den Events wird das jetzt nur noch verwendet. Echt? Ähm, das können wir jetzt gleich mal erklären, naja. Ähm, wie folgt. Also, um euch die Community auch mit einzubeziehen, um euch das Projekt auch ein bisschen näher zu bringen, haben wir uns folgendes ausgedacht. Ab der ersten, anderthalb, vielleicht zweite Bordomar, bis man noch nicht ganz genau, je nachdem wie es läuft, ähm, werden wir, ein euch, äh, und ein Di. Du hast mir gar kein Schmerz gegeben, du glaubst. Ja, ich hab nur Rüstung und... Ach, Rüstung. Ach, Rüstung? Nein, ich hab nur... Rüstung aus Holz oder was? Ja, ich zieh immer Stein extra an. Mach dir das nicht so? Das war knapp, ne. Äh... Oh, nee, davon ist alles lieber, ne? Von Skelettern halt ich mich wohl so lieber. Ähm, da durch die Baureihe, hinter dir. Der guckt da. Oh, hallo. Hallo, liebe Griefer. Wissen Sie? Ich brauche nur ein bisschen Holz. Ich spiele mal ein bisschen mit dem. Ja, er wollte nicht mehr. Irgendwann ist ein Oktopode. Oktopode. Oh, ich hab... Ode. Ode. Wo bist du? Ähm, und... Ach, egal. Ja, ich würde dir darüber erzählen, was das Event ist. Ähm... Fuck, ich kann vielleicht nichts mehr... Ich find keine Viecher. Ich kann schon lange nicht mehr sprinten. Ähm... Ich hab noch einen Apfel. Ich hab noch drei Äpfel. Jetzt lasst mich ausreden, sonst werden wir nicht fertig. Ähm, wie folgt. Also, wir geben euch ein paar Vorschläge und ihr könnt dann über so eine Straw-Poi... Die werden wir dann zu den Seiten immer auf Social-Media-Plattformen verbreiten. Oh, scheiße. Spinne, 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 Spinne. Ähm... Facebook, Twitter einfach mal, äh, folgen. Findet ihr alles unten in der Videobeschreibung. Da haben wir es ein. Zombie... Moki, du kickte! Moki, hinterher! Ich seh's doch. So aggressiv, Leute. Der kriegt dich runter, ey. Ähm... Wird eine Belohnung kriegen? Monsterjäger. Hä? Ich hab doch gerade den Zombie getötet. Komm, aber ich hab's dazu getötet. Alter, oben auf dem Baum. Ich hab' Apfel. Spiderman! Ich hab' Apfel. Ah! Skelett! Spinne! Alle! Hallo, Susi! Ja, das ist ein Sturz. Sturz, bitte. Inwieweit ihr mit herbezogen werdet. Irrb. Zwei Skelett. Irrb. Ich krieg' nicht den ersten Tod, das könnt ihr vergessen. Moki, komm mal mit deinem Steinschwert her. Mach mal was du denn Geld. Ich schlag' alle blutig! Ich schlag' alle blutig! Deswegen ja! Oh, da ist noch eins. Oh fuck, Alter. Wir müssen was zu essen finden. Ja. Wenn's, wenn's Zombie-Gehirne sind. Och, Mann, jetzt ein Zombies. Ah! Meine Leibspeise heute. Ich hab' hier ein Zombie-Gehirn für dich. Nee, ich hab' noch drei Äpfel. Nee, eins will ich nicht, will mein eigenes sagen. Hast du noch drei Äpfel her? Noch nichts gegessen. Immer noch vom Anfang her. Oh, da oben sind auch schon wieder Skelette. Oh, Mann. Ich find' auch die ganze Zeit Äpfel hier von den Bäumen. Die ganze Zeit eigentlich droppen die voll selten, ne? Ich hab' schon zwei Äpfel voll gegessen. Pfeil im Po. Oh, ich hab' jetzt den ersten Baum abgebaut. So gefällt mir alles nicht. Dick! Ja, du gefällst der Map auch nicht, keine Sorgen. Ja, du, du Chambi, du. So. Wow. Ähm, wir können hier alles auf-screen machen und bauen und wie wir wollen. Richtig. Ähm, wir zeigen euch natürlich nicht alles. Also, es ist für uns ein Projekt, wo wir mal einfach zusammen spielen können. Genau. Und so weiter und so fort. Und zusammen fetten. Unterm Strich kommt aber natürlich was auf dem Strich zu YouTube raus. Nämlich ein YouTube-Video, wo wir euch zeigen, was wir gebaut haben. Oder irgendeine verrückte Scheiße machen. Kacke! 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 Und, äh... Macarena! So, kommt jetzt mir irgendwas in der Herne? Ne, ein Glück, ey. Ich geh erstmal unter Tage. Ich will sowieso sterben, weil ich kein Essen mehr habe. Kacke. Wir spielen übrigens im Schwierigkeitskart Medium. Medium. Oh. Just saying. Ich will ja mit Steak auch immer Medium. Wo bist du? Ich will mal ganz kurz was gucken. Wo ist ein Floor hin jetzt? Irgendwo in die Erde. Ich bin jetzt gerade ein bisschen unter Tage gegangen. Wir gerade mal was gucken. Ja, gut. Alles klar, ey. Nicht, dass mein Mikro wieder nicht aufnimmt, dieses Scheiß-Ding, ey. Da habe ich mich neulich so aufgeregt. Ja, das hatte ich auch mal. Drei Stunden Aufnahme? Meeee. Ja, drei Stunden nichts war 25 Minuten, aber ein Video, wo wir so viel gequatschen mussten. Vorproduzierphase und es war richtig ärgerlich. Nach Synchronisierung ist nicht so das Schönste. Ne, ich muss es den Tag nochmal neu aufnehmen, da sind aber 10 Minuten weniger drauf geworden. Slymon hat auch den ersten Baum abgebaut. Boah, Slymon, hast richtig was gerissen. Boah. Richtig krasser Typ. So. Es ist unglaublich, dass wir keine Viecher zum Töten finden. Spawn die in der Höhe nicht, oder wie? Ne, die spawnen wahrscheinlich in den Biomen eher selten. Oh, Apfel, 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 huiii. Okay, ich habe jetzt, ich habe jetzt, es ist witzig, ich habe noch zweieinhalb Keu in Essen und zweieinhalb Herzen. Aber das ist wirklich gar nichts. Fuck Shader. Das ist halt das Problem, wenn es dunkel ist oder es regnet, kannst du mit Shader nicht. Der Mond ist gerade hinter dem Berg verschwunden, ich habe einfach gar nichts mehr gesehen, Alter. Tiff, Mann. Wenn ich wieder Shader... Der Schei-Skelett wird mich gleich ein Creeper. Nein. Oh, Endermen. Oh Gott. Endermen, Endermen, Endermen. Wenn ich meinen Shader anmache, sehe ich in der Nacht wirklich fast nichts. Ich habe Spinne und ich sterbe jetzt. Oh, ich sterbe. Ich habe den ersten Tod. Der erste Tod. Oh, noch ein Creeper. Regen ist leicht, oder? Oh. Nur den ersten Tod. Du bist Nummer eins, du bist Nummer eins, mein Lieber. So, ich brauche jetzt hier einen Berg rein. Ich bin Nummer eins. Also, falls jemand möchte, hier ist, hier ist, hier beim Crafting Table. Ja. So. Und erste Folge sehr produktiv. Ja, will auch sein. Kein Essen, einmal gestorben, läuft bei mir. No. So, geh mal hier. Hammer geil, ich sehe einfach gar nichts hier. In diesem Loch. Was gehören denn essen? Oh, jetzt bin ich fast. Also Holz hätte ich hier unten. Nein. Man musste nur Kohle finden. Ja, wir brauchen eher was zu essen. Ja, so ich auch gerade. Äh, ich will gerade... Also, es kann jetzt rein theoretisch am Anfang noch so ein bisschen leggen, weil wir die Map nicht, äh... Noch nicht geladen haben. ...pre-rendert haben, ja, dass die da jetzt erst, äh, aufbaut. Der Server hat jetzt auch nicht extra RAM bekommen. Das ist ja nicht nötig. Also, ich meine, wir sind ja nur irgendwie so vier oder fünf. Ja, wir haben ja keine Mods drauf rein theoretisch. Müsste alles funktionieren. Kohle, Kohle, Kohle. Jaaaa! Ich hab Kohle gefunden. Spingen die mir eigentlich hinterher? Ich sehe nichts, ey. Auch ohne. Weißt du, ich bin fünf Schritte gelaufen, hab schon wieder auf den Platz. Hier mal kurz Holz. Warte. Ne, ich mach mal schnell. Ich hab dir Holz gegeben. Oh, wow! Hä? Oh, danke für das Holz. Brauch ich aber nicht. Ich hab auch. Ha! Oh, da ist ja Flode. Jetzt will er wieder, jetzt will er wieder Kohle abgeben. Ich will schnorren. Können wir mit der anderen weggehen? Ich brauche hier gar nichts. Ich brauche Holz. Alter, wenn mich jemand schlägt mit der Scheiße. Ich bräuchte etwas Holz. Ich brauche Holz! Hier! Das ist eine fehlende Grunde. Dann geh. Gib mir Holz. Gib mir Holz. Oh, was macht ihr denn? Hier, dann frisch dein Holz. Ich hab schon Holz. Ja, natürlich. Zu spät kommen kannst du. So. Ja. Was kannst du schon? Gar nichts. Fortgeschrittenes Handwerk. Oh, ja. Flo ist fortgeschritten. Kann mir bitte ein bisschen Cobblestone ins Inventar werfen. Das wäre richtig süß von euch. Na ja, das ist spitze. Hat er vergessen. Boah, ey. Seid mir hier nicht so frech. Ich hab dir schon eine spitze. Und alles gemacht, du Arsch. Ja. Hab ich die noch? Siehst du hier irgendwo? Nee. Ja, die hast du verloren. Such sie doch. Die hab ich nicht verloren. Die hab ich mit Absicht geopfert. Für die Monster. Damit die uns jetzt in Ruhe lassen. Okay. Das stimmt. Ja. Es können jederzeit auch YouTuber dazu. Stoßen. Komm. Reiben. Stoßen. Ja, geil. Es wird nicht jeder angenommen. Sagen wir es gleich. Ja, es gab so viele Bewerbungen. Auch von, also richtig schlechten Bewerbungen. Ein paar hab ich gesehen. Das muss ich keine Namen nennen. Er übertreibt. Es waren extrem viele Channels, wo ich mir echt nur gedacht hab, okay, hab ich mich irgendwie unklar ausgedrückt von wegen Qualität und sowas. Das war echt teilweise echt ein bisschen schwierig. Also ja, so. Ja, ich frag mich, warum ich überhaupt bin. Ja, freu ich mir auch. Moki hat mich geschmiert, sagen wir es einfach. Ja. Ich blase dir mal ein. Ich blase dir mal ein. Du hast ja das Video, das Infovideo hast du irgendwie an einem Abend oder morgen irgendwann gepostet oder hochgeladen. Ja. Und ich hab da einfach morgen danach mal kurz reingeschaut und ich hab mal ein paar von denen, die auf den Server wollen, kommen könnten, mal angeschaut und das ist echt nicht das Schönste. Es gab genau ein Bewerber, der nur, also in Anführungszeichen 1080p lieferte, alle anderen 720p. Ja, so wie ich. Das, das meinte ich ja nicht mit Qualität. Das ist für mich keine Qualität. Die Qualität ist für mich ordentliche Stimme, ordentliches Mikro. Ja. Richtig. Spaß beim Aufnehmen. Spaß? Was? Was ist das? Was? Ich brauche keiner Zahntüte in 4K zu gucken, weißt du. Das ist genauso scheiße. Ja. Das stimmt. Der kann auch in, keine Ahnung, im aller, aller, aller neuesten Mega HD aufnehmen. Das juckt mich nicht, wenn du Videos mit der Hals anziehst. Aber heutzutage ist es einfach so, wenn du irgendwie ein 480p Video hast, das wirst du nicht anschauen. Ja, das ist natürlich dann auch wieder zu wenig. Aber es ging halt mehr darum, versteht man sich mit demjenigen, ist der geistig, sagen wir es mal, reif? Was ist das? Ich frage mich immer noch, warum ich dabei bin. Deswegen, es werden auch extrem viele junge Bewerber. Was ist denn Reife? Aber da muss ich einfach sagen, ja, ihr passt nicht bei uns rein. Ich frage mich immer noch, warum ich dabei bin. Oh. Also, geh mal weg da. Ne, also, bei manchen Kanalbanner, wenn da schon steht, der mit der größten Eiche. Oh, sorry. Oh, ich hab noch ein halbes Herz. Leute, wir hatten jemanden, der hat in seinem Kanalbanner gestanden, der mit der größten Eiche. Ja, das ist geil. Bist du eigentlich behindert oder so? Das ist das beste ever. War aber auch so ein... War aber auch so ein... Ich hätte es in seinem Kanalbanner zu schreiben, erfordert schon ziemlich dicke Eier. Ja, also, auf jeden Fall da deutliche Photoshop-Skills, ne? Also, das muss man dann wiederum reinrichten. Ne, das sah schon nach Photoshop oder Gimp aus. Natürlich legal erworben. Wieso nicht gerade Paint oder so? Das ist auch immer alles mit Paint. Paint-Skills forever. Sieht so aus. So. Gut. Ich würde erstmal sagen, es reicht für die erste Folge. Wir werden jetzt noch ein bisschen spielen. Und ihr seht dann die nächsten Tage. Update-Videos bei jedem von uns. Einfach mal unten in die Videobeschreibung gucken. Findet ihr uns alle verlinkt. Und alle, die jetzt auch gerade nicht dabei waren. Boah, schön. Wir hoffen, es hat euch gefallen. Und ihr habt Interesse am neuen Projekt. Und ihr wisst, bald geht es auch los, dass ihr entscheiden könnt, was wir bauen. Tschüss. 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 Tschüss.